Guten Morgen, es ist Freitag, der 13. April. Wir fahren jetzt nach Sardinien. Und natürlich wird der Stau gebrochen. Es grenzt an Kunst, dass man in Wiesenschuhen gehen kann. Die Brust der Julia darf offiziell begrapscht werden, aber nicht alle trauern sich. Die Ecce oder Adige ist der zweitlängste Fluss in Italien. Der 14. April, es ist 9 Uhr und wir fahren jetzt gemütlich los Richtung Ivorno. Wir haben jetzt noch 3,5 km bis zum Hafen. Die netten Österreicher fahren nicht mit uns. Die Mobiaki fasst 749 Fahrzeuge und unsere Novi. die Niederlage fanden und die Niederlage fanden siehst. Die Neue, die Niederlage fanden siehst. Und morgen früh sind wir auf Sardinien.